Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neues Video bei euren Geath Games. Ja, wir sind heute auf dem Server von UndeadGaming.de, was man leider hier nicht sehen kann. Ja, ich denke mal, wir werden gleich nach dem Intro. So Leute, da sind wir zum ersten Part von Staus AP auf UndeadGaming.de. Ich habe mir einfach mal überlegt, komm, schau euch mal nach, ob ich jetzt mal eine Aufnahme mache. Und, na gut, ich wollte eigentlich schon die ganzen anderen Tage eine Aufnahme machen. Bei ein paar Events, aber bin da irgendwie nicht dazu gekommen, deshalb mache ich einfach jetzt eine Aufnahme. Wir sind gerade als Flottencapt'n unterwegs. Natürlich, sobald man das. Also, ja, nehmen wir gleich, dann nehmen wir eben die hier. Ausbruch. Eine Gefahr. Schauen wir mal einfach auf der Brücke mal hin. Auf da was los ist. Und ich glaube, mir wird dieses Films in die Augen bekommen. Was ist das? Schauen wir mal hin. Schwier meine Sorgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich versuche mal in die E-Bimbrücke zu gehen was haben wir denn hier alles äh ja ERP und so weiter ist jeder ja in der Beschreibung dann wieder wie beim letzten Video eigentlich wollte ich ein GTA-Video heute machen aber bin dazu irgendwie nicht gekommen also dachte ich mir jetzt mal, mach ich kurz mal für stealth-PM-Video kommt vielleicht jetzt auch öfters für welche ob ein Fahrstuhl da ist? wenn will ich jetzt einfach gleich hier Fahrstuhl nehmen würde ich M-Laden M-Laden ich versuche mich jetzt einfach so schnell zu lösen ich versuche mich jetzt einfach so schnell zu lösen M-Laden 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 Okay das ist ... M-Laden Da brauch die einige Flotte noch anzufügen aber bin irgendwie nicht dazu gekommen wenn ich verstehe was ich meine also Also M-Laden Nicht denken oh der hier das hat jetzt M-Laden M-Laden Ich kann doch Oh noch das Funktioniert nicht Also so viel Munition Für eigene Waffe Gibt es hier rein für keine Klonhände? Lieber Hauptfahrer Ah jetzt glaub ich lieber nicht rausfinden Kopfchen, 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 Kopfchen Hat einer wieder auf die einzige Stoffel Ich glaube Ich will dir doch einfach sagen Wenn ich jetzt hier einfach eine DC-15A finde oder so In der Ecke So was Mach ich noch alles ganz schnell Hier war ja die Barücke oder? Hier steckt Warte mal Findet eine DC-15 DC-15 Ich mach DC-15A Ja Ja Yes 68 Ich hab eine gefunden Ja Moin Ich muss mir einfach wirklich echt runter Ich kann das nicht Ich kann das nicht immer noch genauer Warum ist das nur blau, hä? weg von der konsole einmal bitte die waffe weg und mir dann folgen wer hat den Alarm nun? warte mal schieße du wahnsinniger eine kurze frage wer hat den Alarm nun abgeschaltet ich muss jeden auf diese seuche untersuchen das heißt Waffen weg an alle du die Waffen weg du die Waffe weg die müssen sich aber jetzt auch noch überprüfen oder nicht wenn man die Käpt'n oder? ich hab das Gegenmittel dafür ich hab mir auch schon gespritzt warum geben sie das nicht einfach hin? weil ich jeden intensiv darauf untersuchen muss ich kann ja schlecht jemanden spritzen der das Zeug nicht hat das Ding hat Nebenwirkungen und sie hatten das Zeug das geht aber auch für die Flotte das heißt sie müssten beide in den Raum rein woher wussten sie dass sie das äh das Ding haben? ich hab beschreckend darauf untersucht dass ich das Ding hier ausgebrochen ist hä 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 der Pomodoro kann sowieso in den Raum rein er war nämlich der erste der von dem Ding getroffen wurde nach Flippjuhl nach Flippjuhl und sie eigentlich auch Sir oder ich durchsuche sie als erstes dann können sie direkt draußen bleiben sie wissen schon dass wenn der so lange da drin ist dass gerade keiner da ist jetzt gegen das Stift steuern ein Moment was ein Moment so was machen wir denn da? ja der Muss ist im Zünderzöfen Channel der Muss ist im Zünderzöfen im Zünderzöfen im Zünderzöfen im Zünderzöfen im Zünderzöfen im Zünderzöfen einmal ein bisschen mitkommen in die Bandschensform was war das? was war das? Gut, dass ich das WTM geladen habe. Ja, ich eigentlich auch. Ich habe ja schief und wirklich. Ja, Rainer jetzt. Fangen wir mal an, wir werden sowas von durchsucht. Kommen Sie mit, die werden durchsucht. Brauch ich. Soll Sie um Sie aber den da? Gut, komm her jetzt. Ich werde mir gerade nicht lang hier dieses Glas mehr standen. Das Glas ist Panzer, das ist Panzer, das geht nicht kaputt. Kommen Sie jetzt mit. Wollen Sie das Panzerglas, was wir letztens ausgewechselt haben, für die Brücke? Ja, auch, unter anderem. Kommen Sie jetzt mit. Ja, Sie wissen schon, dass das ja das Panzerglas war, was jetzt auf der Brücke drauf ist. Und das jetzt nur, was das ganz schick normale Glas ist. Mein Gott, langweilig. Ich weiß, was sieht das denn aus, ja? Untersuch die Person ja. Bleib hier. So, dann müssten Sie einmal in den Bactatank. So, Sie sind geheilt. Kommen Sie einmal raus. Und was macht dieses Massive da hinten drin? Ja, da muss ich mir jetzt noch zwei einfallen lassen. Was macht ein Massive überhaupt da in der solchen Station überhaupt? Und wurde er nicht gerade getötet? Wie schon gesagt, ich muss es durchsuchen. So, wer von Leuten... Ich? ... 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 Prozent er werden er der Lederländer und so ein M&M 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 Türen M&M Operation von Operation Traum in drei Jahren du bist geheilt darf ich nicht mehr nach dem Verwandeln zumal btl munition ist drin sage ich nur am voraus warum kann das sein dass der flotten kommandeur da hingeht aber wie nicht gehen sie dahin und lösen die flotten kommandeur ab und dann kein ort für den die wir sind schon dass das nicht extra für diese geben scheiß gehen das scheiß wir sind schon dass das machen ich habe in die kamera oder sie bau für messe das war richtig daran erholt überhaupt und die praktizierer kurschauer was war ihr bald dankeschön was ist jetzt los Mach einfach. Ja, wir gehen jetzt einfach auf die Gurke fertig. Warum schießen wir nicht gleich das Messer? Mann, drück die richtige Tapse! Warte, die Klima? Mann, es reicht, wenn einer drauf drückt! Wunderbar. Hat das Messer gesprochen? Doktor, wir werden Wunderheide. Es hat gesprochen. Doktor. Warte mal, wir müssen jetzt eigentlich fast alle sein. Der Cody ist afkar und der andere ist afkar. Wir sind eigentlich alle. Ich möchte das nur mal im groben Wissen Wie handelt es dir das? Jetzt von der Idee. Das ist so, dass wir... Dass das jetzt komplett spontan war, das hättest du noch mit anlaufen können. Ja, komplett spontan, ja, ja, ja. Okay. So, kommt ein Klack gefragt, wie fandet ihr das Event? Und... So was kommt. Wir haben nur noch ungefähr... Zwei... Eine Minute und noch was. Da muss das Intro auch noch mit reinpassen. Ja, sonst noch einer. Auch wenn ich weiß, dass die anderen beiden afkar sind. Ich den Schottgruppen freiwillig mal kurz was mit dem anstellen muss. Okay, liebe Leute, das war's mit dem geilsten Video auf dem besten SWRP-Server der Welt. Wollen Sie noch etwas sagen, Herr Supporter? Ne, anscheinend nicht. Also, abonniert den Kanal, liked den Kanal und so weiter und so fort. Ja, und... Spielt ihr auch auf dem Server. Würde mich echt freuen. Ja, und so weiter und so fort. Ciao.